Guten Tag, in diesem Video schauen wir uns mal den Malakai MacKyzen an, den neuen Zwergen legendären Helden von Total War Warhammer 3. Ich werde euch die ersten Schritte zeigen und wie man die Kampagne gut stachen kann, worauf man achten muss, sodass auch Neulinge oder halt Leute, die noch Interesse am DLC haben, wissen, was auf sie zukommt, was vielleicht interessant ist oder weniger interessant ist, dass ihr euch eigene Meinung bilden könnt. Solltet ihr danach immer noch unentschlossen sein, schaut einfach mal bei mir im Kanal, da könnt ihr ein geschnittenes Let's Play von ihm sehen und dann könnt ihr nur mal entscheiden, ob ihr ihn kaufen wollt oder eben nicht. Beim neuen Zwergenlord dreht sich alles um Artillerie, Gyroskopter, also fliegenden Kriegsmaschinen. Deswegen habt ihr einen Unterhalt um 15% verringert, was sehr cool ist. Und ihr habt, wenn ihr mit Malakai durch die Gegend zieht, 20% mehr Schaden, also Geschossstärke, für eben die Gyroskopter und die Artillerieeinheiten. Außerdem hat Malakais Armee Zugriff zu der Geist Grungnis. Das ist wie so eine Arche bei den Dunkelelfen, den ihr eben nutzen könnt, um Einheiten zu rekrutieren, zu verstärken, den Unterhalt zu verringern und so weiter. Schauen wir uns gleich mal an. Außerdem startet ihr die Kampagne mit Gortrek und Felix, die ja dieses Menschenzwerg gespannen sind. Außerdem erhaltet ihr mehr Ränge. Eure Schlachtarmee, wie ihr oben sehen könnt, beinhaltet einen neuen Slayer, den Todessucher. Dieser Todessucher ist eine T3-Einheit und ansonsten habt ihr eine relativ geradlinige Auswahl an Einheiten am Anfang, bloß eben einmal ein Gyroskopter mit Schwefelkanonen. Mit Malakai startet ihr direkt im hohen Norden bei Krakadrak, einer großen Zwergefestung und damit auch eine Hauptsiedlung in einer Region. Also ein idealer Start, gerade auch wenn ihr Neulinge seid, um wirklich relativ leicht einzusteigen. Auch weil Krakadrak direkt mit einer Edelstein-Mine startet auf Stufe 2. Gibt 300 Einkommen, gibt Edelsteine zu verkaufen und reduziert auch noch Rekrutierungskosten von verschiedenen Einheiten. Einfach zu managen, weil ihr schon ein Einkommen von 2000 habt. Wenn wir jetzt in die Armee reingucken, dann sehen wir, dass die Armee auch deutlich stärker ist, als sie eigentlich angezeigt war. Denn wir hatten ja einen Todessucher, also einmal diesen Slayer, das wäre eine Nahkampfeinheit. Der Rest sind halt so Spezialisten und Fernkampfeinheiten. Da wir aber eben Felix dazu bekommen haben als Nahkampfspezialisten und auch noch Gortrek als Nahkampfspezialisten, sind wir sehr gut aufgestellt, um den Anfang hier locker zu regeln. Unsere Widersache ist diese Nürngril-Fraktion hier. Ihr habt meistens immer eine Fraktion direkt mit dem Krieg mit euch gestartet und die hat dann immer ein, zwei, drei Regionen. Hier ist es sehr gut, da wir nur zwei Regionen haben, die diese Fraktion besitzt. Und die können wir eben einnehmen und unsere Region zu vollständigen, also die komplette Kontrolle hier zu haben und auch einen Erlass erlassen zu können. Außerdem seht ihr immer diese kleinen Zahlen über die verschiedenen Regionen. Da gibt es gewisse Grolle, die ihr halt bekommen könnt, wenn ihr diese Region einnehmt. Das geht hier oben auch im Norden weiter. Ihr seht es auch bei Sjogtraken. Das gibt euch nochmal einen Vorteil, auf die wir jetzt sofort eingehen. Denn wie ich in meinem Video schon zum Rework, also Neuaufstellung der Zwerge erklärt habe, haben wir jetzt dieses Zeitalter der Rache als Mechanik, wo ihr Grolle halt beseitigen müsst, um eben euer Zeitalter der Rache voranzubringen. Und am Anfang habt ihr sehr viel Mali und könnt dann eben bis zu ganz vielen Boni kommen und euch auch besondere Grolltilgeeinheiten leisten, die ihr halt eure Armee verstärken könnt. Also auf jeden Fall empfehlenswert, diese Zahlen im Kopf zu behalten und zu schauen, dass man wirklich da auch diese Grolle abarbeitet, was jede Fraktion, die irgendwo bösartig ist, sollte für die Zwerge so etwas bieten können. Das neue große Buch des Grolls bietet einiges für uns, was wir machen können. Was ich empfehlen würde für Malakai, wenn ihr ein Ziel haben wollt am Anfang, ist dieses, die Ungli des Kars. Da könnt ihr nämlich einfach die Gebiete hier im Norden der Norska-Fraktion einnehmen und erhaltet dann eben den Vorteil, dass ihr schneller teleportieren könnt und ihr bekommt viel Grolle abgeleistet. Die Teleportation könnt ihr freischalten durch verschiedene Gebiete. Wir können zum Beispiel einmal hier drauf schauen, dass hier hinten eins von diesen Tunnelweg-Netzknoten sich befindet. Das heißt, es wäre auch sehr vorteilhaft, relativ kurzfristig dieses Gebiet schon mal einzunehmen, sodass ihr dann notfalls auch immer noch hier unten verschiedene Zweigpunkte haben könnt, um euch zu teleportieren. Aber jetzt genug für die Zwerge. Eigentlich müssen wir ja darauf eingehen, was macht Malakai selber. Malakai selber hat nämlich hier eben dieses Luftschiff-Gebäude-Fenster. Wie ich ja sagte, wir haben so eine gewisse Nomadenart von einer Siedlung und diese Siedlung ist eben dieses Gurungni. Und da könnt ihr die klassischen Hauptgebäude upgraden, wodurch das Wachstum höher geht. Ihr könnt aber auch verschiedene Einheiten dadurch rekrutieren, wie jetzt Slayer hier zum Beispiel auf der zweiten Stufe. Außerdem könnt ihr auch die Standardeinheiten rekrutieren, eben die Schildträger, die Großwaffenträger. Und ihr könnt euch auch alles Mögliche weiterbauen, wie hier Unterhalt verringern für die Armee. Außerdem könnt ihr hier mehr Erfahrung. Das ist eine sehr coole Mechanik, mit der man auch sehr gut als Anfänger, finde ich, eben gerade arbeiten kann. Ihr habt das wohl nur mit Malakai. Alle anderen Armeen haben dieses Luftschiff natürlich nicht. Das bedeutet, ihr habt nicht bei jeder Armee jetzt dieses Luftschiff dabei. Was ich hier empfehlen würde, ich würde tatsächlich einfach die Bierhalle produzieren. Dann kriegt ihr erstmal einfach Zwergenbier und Unterhalt reduziert. Bei der Forschung bietet sich am Anfang immer an, zuerst mal auf Wachstum zu gehen. Das heißt, die Art der Gilden zu nehmen, also einen ökonomischen Zweig hier oben, der ja auch neu aufgegliedert wurde. Und dann auf die schweren Mahlsteine zu gehen, einfach weil schwere Mahlsteine zehn Wachstum bringen. Mehr Wachstum bedeutet, ihr könnt eure Siedlungen schneller ausbauen. Was bedeutet, ihr kriegt stärkere Einheiten oder hier zum Beispiel auch mehr Geld, wenn wir uns mal Karakadrak angucken. Oder wie gesagt, eben unsere besseren Gyrokopter bei der Tüftor-Bude, wo ihr die Gyrokopter bauen könnt. Und als zweites die Gyrokopter mit Schwerfilkanonen, die zwar schwach gegen Panzerungen sind, aber dadurch eben mehr AOE-Schaden haben. Das sind also unsere Rahmenbedingungen und am Anfang greift man immer die Armeen an, die direkt vorenstehen. Und wir würden hier einen knappen Sieg ohne Verluste hinnehmen können. Wenn ihr Anfänger seid, ist es aber wichtig, halt auch solche Kämpfe zu kämpfen. Da schauen wir uns ganz kurz mal an, worauf man achten müsste, jetzt gerade bei dieser Armee. Das klappt ganz gut eben wegen der Helden, aber für den Beginner ist es vielleicht hilfreich, das auch einfach mal gesehen zu haben. Da wir eben mit Malakai und den Zwergen im Allgemeinen oder nach dem Rework auch, vor allem mit Artillerie kämpfen, sollten wir immer beim Schlachtfeld schauen, okay, wo können wir einen Geländevorteil bekommen. Und ihr seht hier ganz klar, wir haben ja so eine Erhebung und diese Erhebung werden wir mit unseren Kanonen natürlich nutzen und sollten auch immer auf die maximale Reichweite unserer Kanone gehen. Hier sieht man, ich kann jetzt gerade die Einheiten treffen, das ist also ideal, da müssen die Gegner zu uns kommen. Bei den Kanonen müsst ihr auch immer aufpassen, dass sie auch Platz haben zu schießen. Zum Beispiel hier wäre jetzt ein Fels dazwischen, also wäre es vielleicht besser, sie hier hinzustellen, aber so halt noch, dass ihr noch treffen könnt. Und dann sollte der Kampf eigentlich schon fast von selber laufen. Das Gute ist halt, dass die Einheiten zu euch kommen müssen, solange ihr immer eine Artillerie dabei habt. Also da empfehle ich euch auf jeden Fall immer irgendwas in dieser Artillerieart dabei zu haben oder eben sowas, die Gyrokopter zu nutzen, um die Einheiten zu provozieren, also die KI zu triggern, sodass sie auf euch zuläuft. Das kann man mit Malakai sehr gut machen, weil man eben auch mehr Schaden macht mit der Artillerie. Das war wohl immer ein Problem bei den Zwergen, die haben natürlich keine Kavallerie. Das heißt, eure Gyrokopter sind die einzige richtig mobile Einheit, die ihr habt und die solltet ihr auf jeden Fall auch nutzen, wenn ihr in späteren Kämpfen einen Vortrag erringen wollt. Und wir sehen können, unsere Kanone schießt und die Armee wird einfach auf uns zulaufen. Wir haben hier überhaupt keine großartigen Probleme und wir haben, wie gesagt, unsere Helden, die hier als Nahkraftspezialisten super arbeiten. Also gerade auch für Beginner kann sich dieses DLC sehr gut lohnen. Wir kommen auch noch zur weiteren Mechanik, die Malakai hat, wenn wir diesen Kampf dann durchgemacht haben. Was außerdem noch wichtig ist, ihr könnt Geist-Gungnis beschwören, also das Luftschiff, was eben Malakai mit sich führt. Und dieses Geist-Gungni wird dann eben auch auf jeden Fall Schaden mit verursachen. Das könnt ihr jedes Mal benutzen, das kostet euch jetzt nichts Besonderes. Das heißt, ihr könnt diese Einheit jedes Mal mitnehmen. Da kommt das Luftaufschiff auch schon und das wird so ähnlich wie die Donnerbacke sein, die ihr jetzt auf T5 bauen könnt. Und damit könnt ihr ordentlich Schaden verteilen. Die einzigen schwierigen Einheiten sind diese Seuchenkröten, aber nochmal, die Helden fangen die perfekt ab. Ihr seht aber, dass der Geist von Gungni halt einfach schon alleine hier alles komplett zerstört und überhaupt keine Schwierigkeiten hat, dieses Kampf locker zu können. Das erste Fähigkeiten für eure Helden, solltet ihr immer Marschierer nehmen. Das ist einfach so ein absoluter Standard, weil ihr einfach euch weiter bewegen könnt. Was ihr dann machen könnt, wäre entweder einfach die Moral zu erhöhen oder halt auch Einheitenerfahrung, wie wir hier sehen können. Oder direkt auf Blitzschlag zu gehen, um später Feindarmeen, wenn sie Verstärkung haben, auch rauszunehmen und nur eins gegen eins kämpfen zu können. Beides sind gute Wahlmöglichkeiten. Dafür sind die ersten Fähigkeiten hier allerdings recht schlecht. Das heißt, entweder nehmt ihr kurzfristigen Erfolg durch diese Moral oder ihr nehmt eben langfristig Erfolg durch den Blitzschlag. Aber nach Helden ist es relativ klein, ihr nehmt immer zuerst diese Fähigkeit hier unten links. Das wäre hier Kampftraining durch Gotrek und wir hätten durch Felix das Truppen auffüllen sehr stark, wodurch wir einfach schneller Truppen zurückgewinnen können, weil wir jetzt ja schon ein bisschen Schaden genommen haben. Und schon könnt ihr auch Sjogdraken angreifen. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt einen entscheidenden Sieg nehmen und besetzt diese zweite Siedlung, um eure Region langsam aber sicher festzumachen. Und könnt jetzt, da ihr diesen Zug für eure Malakai beendet habt, wirklich auch die Bierhalle bauen. Und ihr könnt natürlich auch in Sjogdraken schauen, ob ihr was bauen könnt. Nein, da ist erstmal ein Hafen, gibt aber Wachstum, was sehr Gutes. Und könnt euch für Drakadrak halt, wie gesagt, was ich nehmen würde, für die Tüfflerbude, für die Gyrokopter entscheiden. Bevor die Runde beendet, natürlich nicht vergessen, immer eure Armeen rekrutieren zu lassen, bis sie wirklich vollständig sind. Ich habe jetzt einfach hier zwei Zwergenkrieger reingepackt und einmal eine Zweihandwaffe. Sehr cool ist halt, dass ihr durch Geist des Grungnis auch schon direkt die Zweihandwaffen mitnehmen könnt. Also nochmal, ich möchte es mal betonen, der Start hier ist sehr schön mit Malakai. Einzige Problem, was man jetzt, wenn man jetzt weiterdenkt, nicht vergessen darf. Überall in der Umgebung sind natürlich Chaos-Truppen und Chaos-Gegner. Und die mögen euch nicht besonders gerne. Die einzigen Freunde, in Anführungszeichen, die ihr haben werdet, sind halt die Kislev-Fraktion. Alles andere wird euch auf jeden Fall irgendwann mal den Krieg erklären, gerade auf höherer Schwierigkeitsstufe. Und ihr werdet durchaus auch auf mehreren Fronten kämpfen müssen. Das heißt also, dieses Gebiet kann man zwar leicht konsolidieren, aber ihr habt halt Probleme, dass ihr von mehreren Seiten angegriffen werdet. Deswegen Magalakai an sich sehr stark ist, aber die Position natürlich auch nicht gerade einfach. Zweite Runde ist auch noch recht wichtig. Warum? Weil ihr nicht mit zwei Runden hier runtergehen könnt. Ihr werdet also eure Armee mit Malakai auf jeden Fall nach vorne schicken. Da solltet ihr einfach den ganz einfach Trick benutzen. Ihr könnt erstmal natürlich wieder über eure Luftschrift das hier rekrutieren. Das ist kein Problem. Könntet auch global rekrutieren, würde ich euch nicht empfehlen. Stattdessen würde ich euch empfehlen, für diese Runde einfach noch einen Lord zu beschwören. Ihr sucht euch irgendeinen aus, der euch gerade gefällt. Ich nehme jetzt einfach mal den hier und beschwört hier oder rekrutiert hier direkt nochmal zwei extra Einheiten. Das zwar, die nicht Geist-Grungnis besitzen und damit ausbauen können, aber trotzdem auch von den Einheiten rekrutieren können. Was eine ganz coole Geschichte ist. Das heißt, das Luftschrift würde die dann auch von weiter weg dann halt versorgen. Mit dem dritten Zug könnt ihr dann eben euren zweiten General rüberschicken mit den zwei neuen Einheiten. So dass eure Hauptarmee auf jeden Fall stärker wird. Ihr solltet aber zunächst die Einheiten stehen lassen und mit eurem Haupthelm Malakai die Siedlung angreifen, so dass sie die Fraktion vernichten können und die Verstärkung für später aufheben. Was auch ein entscheidender Sieg ist, auch ohne Verstärkung. Aber wie ich ja sagte, und das ist der wichtige Punkt, der noch kommt, dass wir halt natürlich umringt sind von bösen, bösen Fraktionen. Das heißt, entweder lasst ihr die zweite Armee wirklich stehen und rekrutiert einfach für, ja, die zweite Armee weiter und zur Sicherheit. Oder ihr gebt ihr die Armeen halt rüber zu Malakai, rekrutiert hier auf 20 hoch, um eben auch für eure Gegner etwas bedrohlicher zu wirken. Was ihr sonst hättet, wären halt 16 Einheiten. Und so seid ihr schon mal ein bisschen stärker aufgestellt, um euren nächsten Schritt zu planen. Als ersten Erlass würde ich auf jeden Fall die Gilden ermächtigen, um mehr Wachstum zu bekommen und weniger Kosten für Gebäude zu haben. Wir wollen möglichst schnell auf die T3-Gebäude kommen, um eben stärkere Einheiten zu bauen oder halt die Edelstallmine auszubauen, was uns einen gigantischen Vorteil bringen wird. Mit dem Untergang der Magoff-Sippe sind wir unserem ersten Widersacher los. Ihr müsstet erstmal ohne Krieg im Spiel, was sehr gut ist und könnt uns gleich noch auf die letzte Mechanik, die Malakai noch bereithält, nämlich die Abenteuer, fokussieren. Sollt ihr noch was Geld sparen, könnt ihr natürlich den zweiten Helden jetzt auch wieder rausschmeißen oder eben wie eben gesagt weiter zum Rekrutieren nutzen und mit Malakai schon mal weiter vorstoßen. Halt in den Norden, um den einen Roll halt abzusetzen, nämlich irgendwie das Chaos. Ihr seht, wir haben damit auch schon die erste Region. Ihr könntet aber auch natürlich auf die Chaos-Zwerge gehen. Die sind allerdings etwas weiter im Osten und dann müsstet ihr hier durchbrechen, um eben diese, wie ihr sehen könnt, hier die Gefallenen und so weiter aufzuräumen und euch da zu etablieren. Und mit Runde 5 als letztes noch die Fähigkeit von Malakai Markaisen. Ihr könnt jetzt Abenteuer unternehmen und das könnt ihr mit diesem Symbol hier anklicken. Und ihr habt sieben Abenteuer in der Zahl, die ihr übernehmen könnt. Ihr seht schon, der Name ist natürlich meistens Programm. Skaven zerstören, Dämonen zerstören, Waldelfen zerstören und so weiter. Am Anfang werden wir aufgefordert, Hochelfen zu besiegen oder eben Chaos-Zwerge zu besiegen. Beides ist natürlich für die Position von Malakai Markaisen ein bisschen schwierig zu erhalten. Ihr müsst euch im Prinzip aber überlegen, was wollt ihr jetzt haben. Jedes Mal wird, je nachdem welches Abenteuer ihr unternehmt, eine Einheit gebufft. Ihr könntet weder die Kanone hier mit dem Fluch des Drachen buffen oder ihr könnt die Gyrokopter buffen. In meinem Spielstil würde ich jetzt sagen, Gyrokopter buffen. Ihr kriegt auch, sobald ihr das gestartet habt, das kostet zwar 2.500 Gold, aber dann bekommt ihr auch tatsächlich diese zwei Einheiten Gyrokopter und diese eine Einheit Gyrokopter-Schwefelkanonen dazu, die ihr rekrutieren könnt umsonst. Und dann habt ihr oben immer die Abenteuer angegeben, die ihr jeweils absolvieren sollt. Wenn ihr jetzt einfach Start drückt, dann könnt ihr sehen, was ihr jeweils machen müsst. Ihr müsst zum Beispiel Gyrokopter-Einheiten töten. Ihr bekämpft die Konvoi-Armee. Das heißt, ihr müsst hier hinten Sistit den Schwachzärtigen angreifen. Sehr weit hinten, ihr seht schon Chaos-Zwerg-Territorium. Dann eine Region mit Ödland-Klima wäre auch in dieser Umgebung und so weiter und so fort. Da gibt es zum Beispiel die Anzahl von verschiedenen Einheiten, also Gyrokoptern, auch relativ einfach zu erledigen. Und unten steht immer die Belohnung, die ihr bekommt. Also das hier ist eine relativ einfache Belohnung. Ihr kriegt 2.500 Gold, während ihr hier zum Beispiel mehr Einheitenerfahrung bekommt, was sehr gut ist. Und ihr könnt hier zum Beispiel Gyrokoptern sogar eine ganz neue Fähigkeit geben. Außerdem hier auch noch neue Fähigkeiten oder mehr Verteidigungswerte. und hier vor allen Dingen auch mehr Schaden. Da müsst ihr allerdings gegen die Chaos-Zwerge kämpft haben. Das heißt, ihr hättet hier diese Optionen. Nachdem ihr dieses erste Gebiet eingenommen habt nach 5 Runden, super einfach, seid ihr eigentlich in einer guten Lage jetzt zu überlegen, was will ich machen. Und es bietet sich halt allen, wenn ihr den Norden zu nehmen und den legendären Groll durchzuführen oder eben hier den legendären Groll durchzuführen und gegen die Chaos-Zwerge vorzugehen und sich da eben auch die Abenteuer durchzuführen. Das Hochelfen-Abenteuer würde ich euch niemals empfehlen, weil ihr nicht gegen Hochelfen kämpfen werdet. Es ist tatsächlich sehr weit weg. Ihr könnt natürlich hier dieses Gebiet mit Gebirgsklima, das könnt ihr locker machen, aber ihr könnt nicht Hochelfen in dem Sinne besiegen. Das bringt einfach nicht so viel, außer finde ich persönlich, dass die Kanone nachher zu schwach ist, als dass ihr damit weiter vorgehen könnt. Klar, der Gyrokopter wird natürlich auch irgendwann out-of-dated sein, aber ihr könnt ihn schon noch als mobile Einheit immer mitnehmen. Es wird nicht der Gyrokopter mit der Schwefelkanone upgradet, sondern eben nur der Gyrokopter an sich. Da müsst ihr eben drauf aufpassen. Die anderen würden dann natürlich weitere Maschinen updaten und die werden dann auch im Rang natürlich höher sein. Nur müsst ihr da immer darauf achten, was müsste ich jetzt bekämpfen, wo gehe ich hin. Und wie gesagt, es bietet sich da an, die Chaos-Zwerge als erstes zu nehmen. Damit habt ihr eigentlich den Anfang gut geregelt. Ihr könnt euch jetzt über das Abenteuer, wie gesagt, entscheiden, wo ihr jetzt hingeht oder über die Grolle und beides halt irgendwo nutzen, um vielleicht auch eine Konfrontation mit irgendeinem legendären Kommandanten einzugehen. Denkt eben nur daran, dass ihr mehrere Fronten hier am Kampf haben könnt. Und diese Position ist am Anfang gut einzunehmen, also sehr angenehm. Malakai Markaisen hat auch gute Werkzeuge, um das zu halten. Allerdings ist natürlich die Umgebung sehr feindselig. Also passt gerade als Anfänger da unbedingt auf. Versucht euch da mit gewissen Strategien, die ihr Hinterhalt legen, über Wasser zu halten und auch am Leben zu halten. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, schaut sonst mal ins Letzperr hinein, um vielleicht noch mehr Eindrücke zu gewinnen. Haut rein!